Herzlich Willkommen! Willkommen zur 73. Ausgabe des Techno Mechtel Podcast. Ich bin wieder euer Brad Clemens und am anderen Ende der Leitung irgendwo im Osten, Süden, Westen oder Norden. Es ist brutal warm. Warum hast du überhaupt eine Koppe auf? Seit wann hast du Kappen auf? Ja, die Haarpracht lässt langsam nach und man muss die halt ein bisschen abdecken und anfangen. Stimmt, ja, der Photovoltaik-Collector, das sehe ich bei mir auch, der braucht immer wieder mal Schatten. Es ist ziemlich hart, wo es der so Sonnenstrahlung aufnimmt, die Platten auf dem Schädel. Eigentlich hätte ich mir gedacht, wenn weiße Kopfhaut würde eher Licht abdingsen. Leider habe ich noch ein paar schwarz-braune Haarsprenkler drinnen und scheinbar wirke ich ein bisschen wie eine Art Solaranlage. Ja, 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 das ist irgendwo muss die Energie her. Ah, so. Summer Special Ausgabe, also zu unserer letzten, kurzen, ja kurzen, letzten Ausgabe, wo hauptsächlich der Alex sich um die Themen gekümmert hat. Die war damit halb so lang wie normal, weil nur der Alex Themen kaputt hat und der Clemens ziemlich ein faules Sau ist. Dann haben wir diesmal auch keine Themen, weil es ist ja nur eine kurze Zeit zwischen den Episoden jetzt gewesen und ja, ich habe ganz andere, wichtigere Sachen zu tun, als euch zu bespaßen. Nein, stimmt nicht, aber wir haben uns gedacht, wir machen da jetzt was Einfaches eben für den Sommer, weil wir die Techtelmechtel, wir hauen jetzt mit unserem Spendengeld auch mal ab und machen auch mal gemeinsam Urlaub auf Barbados. Ja, und dann noch in New York und das, was halt noch zugeht, aber ist ja wurscht. Aber ja, ob es einfach wäre, weiß ich gar nicht, was wir da machen. Das nicht, nein. Ja, eben. Ich wechsle gleich einmal unseren Bildschirm, weil wir starten heute wieder mal, Alex, sag mal was. Ja, Test 1, 2, 3, 4. Hat er schon mitgekriegt, ja, sehr gut, der Alex ist hörbar. Ja, ja, ich muss jetzt noch einmal was prüfen, nämlich, ob ich auch jetzt den Ton mit aufnehme. Ah, okay. Wir starten heute wieder mit einem kurzen Spiel, also das, was wir das letzte Mal ja noch kurzen Problemchen geschafft haben, uns einzurichten. Starten wir heute und werden jetzt Brad and Fred oder Fred and Brad, Brad and Fred weiterspielen. Und ich starte es jetzt einmal. Wie ist das jetzt nochmal gegangen zum letzten Mal? Da kriege ich jetzt einladen. Ja, irgendwie sowas. Aber das müssen wir jetzt einmal checken. Wir müssen jetzt einmal schauen. Ganz genau schauen. Zum Spiel einladen. Freund einladen. Kann man da Feinde auch einladen? Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Ein Gast kann man einladen. Jeder Gast ist noch ein Feind. Yeah. Gut. Das funktioniert eh schon auf Anhieb, oder? Scheint so. Ich hoffe, man soll da mal schauen. Falls das jetzt... Nein, mich hat es rausgeschmissen. Lass mich roten. Magenta. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also, mein Internet ist nur da. Soll ich nicht nochmal neu einladen? Mhm. Bitte. Tja. Warte mal, jetzt müssen wir wieder was anderes kurz mal checken. Application. Äh. So, Freund einladen. Ja, so. Jetzt mache ich es einmal ganz langsam. Vielleicht geht es jetzt dann. Für alle, die, die sich da jetzt denken, das könnten die zwar Nasen ruhig öfter machen. Äh, so. Jetzt bricht er mal da dauernd ab. Warum, weiß ich aber nicht. Ich habe eine Vermutung. Die ist? Magenta. Ja, aber das ist ja wurscht, oder? Nein, diverse Ports, NAT, UPnP und all diese Sachen, wo sie gerne mal nicht freigeben. Hm, das ist aber kann. Ich probiere es noch einmal, bitte. Warte mal, ich wäre jetzt nämlich da. War ja gelacht, wenn bei uns nochmal etwas auf Anhieb funktionieren würde. Ja, das ist richtig geil. Ja, ähm, deinen Controller sehe ich noch nicht. Jetzt bin ich da. Ja, deinen Controller habe ich auch. So, ich weiß nicht, was jetzt anders war, aber wurscht. Ja, mein Controller vibriert, ja. Es ist so sinnlos, das Feature. Und du siehst jetzt was? Ja, 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 ich sieg. Ich muss das gleich, ähm. So. Also ganz kurz, das ist halt vor allem hauptsächlich interessant, nur für die, die zuschauen. Also die, die was zuhören, werden sich denken, was machen die für einen Scheiß. Ja, das ist, wir sind richtig. Wir sind super multi-audiovisuell. Wir können halt nicht Bords gleichzeitig irgendwie, bitte nicht. Ja. Wir könnten eigentlich sowas ruhig öfter mal machen. So Spiele über, aber abgesetzt von die Podcast-Episoden, so ein Techtel-Mechtel-Remote-Player auf Twitch oder sowas. Ja, ja, das können wir machen, das geht immer. Gut, dann probieren wir es weiter. So, wir müssen laufen, gleichzeitig. Oh mein Gott. Ja, warte, warte. Ah! Gut. So, also wir fangen wieder von ganz unten an. Hoppa, warte. Ui, 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 ui. Gut, danke. Ah! Was war das? Komm einfach. Warte, ich kann nicht, ich kann nicht hupfen. Ich hänge, ah, jetzt geht's. Hopp. Wie haben wir das davor gemacht? Du hast geschwungen. Auch in andere Richtung, schwingen wir in andere Richtung. So. Ja. Oh! Oh je. Das glaube ich wertet es sich wohl. So. Okay. Das wird jetzt schwierig, gell? Die Frage ist immer, was will man tun? Ja, warte mal. Hupf ein paar Leute auf, ey. Warte mal, tun wir mal eins, zwei, drei. Okay, warte mal. Eins, zwei, warte mal. Eins, zwei, drei. Ah, nochmal. Eins, zwei, drei. Ja, es sollte sich ausgehen. Okay. Eins, zwei, drei. Ah! Okay, ja, es sollte sich ausgehen. Das passt. Gut. So. So. Und. Was ist zwischen? Lachen. Lachen wir mal weg, oder? Ja. Eins, zwei, drei. Boah. Oh mein Gott. Ja. Wieder gleichzeitig. Warte mal. Was ist denn das? Was denn? Ah, lass dich mal runterfallen. Ja, ja, du kannst mich aufziehen. Ja, ja, das hab ich das letzte Mal schon gemacht. Ah, okay. Okay. Dann. Ähm. Warte mal, geht's kurz. Das könnte ein tiefer Fall werden. Klappt. Ah, der Host ist beschäftigt. Ja, 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 warte. Ich, 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 im, 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 im Video und im Audio hört. Und bei mir schaut es ein bisschen zurück, bei mir ist es ein bisschen zu laut. Ja. Ja. Jetzt können wir weiter. Was tust du denn da? Das schaut echt sehr bizarr aus, was du da machst. Das ist nicht jugendfrei. Nicht jugendfrei. Ja, ja, auf. Ich, ich. So. So. Okay, stopp. Also. Ja, kommen wir her, wo ich stehe und dann versuchen wir es gleich. Eins, zwei, drei. Boah. Oh, geht doch. Oh, geht doch. Friend, they aren't coming back. Wer kommt nicht back? Keine Ahnung. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ähm, ja, so weit, sollte man im Normalfall nicht fallen, gell? Pff, das schauen wir auch mal. Eins, zwei, drei. Oh. Gut. So, Philatio. So, wieder. Aufi. Eins, zwei, drei. Oh Gott. Ist das gut, du bist da. Ähm... Vielleicht müssen wir uns doch schwingen. Nein, das sollte schon machbar sein. Okay. Mit Anlauf. Okay, dann machen wir nicht mehr Anlauf. Eins, zwei, drei. Boah. So, das könnte jetzt aber nicht werden. Das könnte interessanter. Soll ich schwingen oder tust du? Hast du dich da das letzte Mal, hast du da springen gedruckt? Ich weiß das nicht. Du hast dich davon geschwungen unten. Ich glaube, ich habe einfach losgelassen, während du geflogen bist. Schwing. Oh, ich warte mal. Schwing. Schwing. Ach, okay. Ui, zum Glück hast du nichts gemacht. Na? Ich sehe schon, dass das Frustrationslevel bei dem Spiel recht groß wird. Oh je, der Überschlag ist schwer. So, du musst halt rechtzeitig jetzt sein. Scheiße. Oh, scheiße. Oh mein Gott. Das Gute war richtig ganz runter. Mach du einmal die Festbinden am Boden. Ich glaube, ich brauche da gar nichts zu drucken. Du musst einfach loslassen. Ah! Ich glaube, du musst einfach hüpfen. Au, oje, oje, oje. Tut man sich hüpfen? Scheiße. Lassest du einfach sitzen sein? Lass du sitzen sein und nachher ein X-Drucken für hüpfen? Bei dir wird es A sein beim Hüpfen oder B. Ja, ja. Du musst mich da auch aufziehen. Danke. Danke. Na ja, bleib da. Eins, wir müssen das einsprechen. Eins, zwei, drei. Ja, da können wir ja normal umhüpfen. Eins, zwei, drei. Ja, genau. So viel zum Normalen. Okay. So. Ich glaube, du musst einfach nur hüpfen jetzt. Boah. Aha, okay. Gut. Ja, das ist nicht so schwer. Aufi, aufi. Aufi, aufi. So, Hetzer. Wie haben wir das da gemacht? Wieder gleichzeitig, gell? Ja. Machen wir den Anlauf. Bist du dir sicher? Das ist so gegangen, das ist ohne Anlauf gegangen? Ja. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ja, passt. Okay. Und das mit Anlauf, gell? Ja. Eins, zwei, drei. Wie haben wir das da gemacht? Das ist schon wieder so lange her. Einfach gesprungen. Eins, zwei, drei. Achso, schon wieder der. Kann man da eigentlich, leider, dass wir es wissen, kann man da ins Menü gehen und ein Ding speichern, ein Quick, so ein Quick Save. Ich kann gleich Save and Exit machen. Okay, nein, es gibt kein Ding für Checkpoint oder irgendwas. Nein. Schau mal in die Optionen rein. Save Checkpoint. Save Checkpoint. F. Oh mein Gott. Load Checkpoint. Probier das einmal. Okay, druck einmal F. Mach da nichts. So, was passiert? Okay, warte, jetzt lass ich mich mal runtergefallen. Nein, 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 nein. Oh. Jetzt lauter mal. Äh, nichts. Okay, gut. Super, jetzt sind wir runtergefallen. Danke dir. Mein Problem ist, ich kann da, ich verstehe eigentlich nicht, warum ich, ah. Warte mal. Aha. Ich kann nämlich die Gamepad-Belegung nicht ändern, das verstehe ich nicht. Ah. Ah, dann ist vielleicht hinten eine Schultertaste. Hälzer, Hälzer, okay. Ja. LB ist safe. LB. Oh mein Gott, ey. Und ich habe einen Playstation-Controller. Ja, dann ist es hinten, ich kann es da übersetzen. Es ist L1 und R1. L1 und R1. Okay, machen wir mal einen Test. Speichert. Nein. Tut ja nichts. Ähm. Warte mal. Ja, warte mal, kannst du aber vielleicht auch, tu du mal L1. Äh, LB. Da passiert nichts, da passiert nichts. Ähm. Das war jetzt, das war jetzt gut zu wissen, gell. Nicht, pass mal auf. Warte mal, wie heißt das? Spread and Thread. Ah, Assist Mode. Ah, okay. Das ist der dritte, der was quasi Assistant macht. Ach so, okay. Hauen wir nicht. Passt. Ähm. Gut. Wir müssen also so über die Runden kämen. Ja, wir müssen also so spielen. Das ist ganz okay. Ja, dann gehen wir es wieder an. Oh mein Gott. So. 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 Okay. Also. Eins, zwei, drei. Oh man. Magst du schwingen? Oui, oui, oui. Oui? Oui. Super. Gut, das Teil, Alex. Das war nur zu wenig Schwung. So. Eins, zwei, drei. Dann tue ich schwingen. Oui. Zieh mir auf. Zieh mir auf. Boah. So. Eins, zwei, drei. Und. Eins, zwei, drei. Und. Eins, zwei, drei. Ah. A zinkt. So. Ja, gut. So. Jetzt kann es weitergehen. So. Okay, das müssen wir mit Anlauf machen. Oh Mann, jetzt brauchen wir da wirklich einen Assistenten machen. Eins, zwei, drei. So. Jetzt wird es nochmal interessant, gell? Wer mag schwingen? Wie schaut es bei dir aus? Wird da ein besseres Handling? Du darfst schwingen, wenn du willst. So, jetzt ist gleich die Frage, wie viel Schwung? Viel. Wie haut es immer auf die Presse? Lebst du noch? Ja. Okay. Was, das muss. Passt. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und eins, zwei, drei. Ja. Okay, jetzt haben wir es zu schnell gemacht. Okay. Eins, zwei, drei. So. Der Schwing. Okay. Das war jetzt aber gar nicht so viel Schwung. Nein, ich nicht. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. War nicht zu schnell. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und eins, zwei, drei. Das ist so leicht, gell. So. Eins, zwei, drei. Aha. Aha. Also wir brauchen da nicht einmal viel Schwung. Glaube ich auch nicht. Warte mal. Langsam. Langsam, langsam, langsam. Eins, zwei, drei. Passt. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Passt. Und eins. Aber jetzt. Ja. Was? Ich sehe schon, das macht mich fertig. So. Eins, zwei, drei. Okay. Du siehst gerade, ich bin ein bisschen der, wie sagt man, der ungehaltene Spieler. Keinen Stress. Ja, aber das ist bei mir, beim Spielen so. Okay. Eins, zwei, drei. Ich muss mal kurz meine Mütze abnehmen, weil jetzt wird es ein bisschen warm da. Okay. Uiuiui. Es wird ein bisschen warm worden. Ah, mein Mikro. So. Da ist es wieder. Eins, zwei, drei. Gut. Dann machst du wieder. Also, du musst ein bisschen nach links. Uiui. Uiui. Warte mal, wie hast du denn das davor gemacht? Ich glaube, in Zukunft tust du schwingen. Nein, warte mal, wie machst du denn das wirklich? Schwingen und dann lass ich gehen und dann hupfe ich einfach. Einfach hupfen. Okay, weil das habe ich auch gemacht. Okay, warte mal. Eins, zwei, drei. Okay, probier nochmal. Warte mal, wie hast du denn das davor gemacht? Warte mal, wie hast du denn das davor gemacht? Ja. So. Okay. Eins, zwei, drei. Oh Gott. Oh Gott. Das fiel zu langsam. Eins, zwei, drei. Wir müssen es wieder ein bisschen besser koordinieren. Eins, zwei, drei. Der kommt ja am Anfang gleich. Gut, der war mit Anlauf, gell? Ja. Okay. Eins, zwei, drei. Gut. Ja, passt. Und schwinge ich gleich. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Okay. So. Eins, zwei, drei. Need help. Assist options now in the manual. Aha, jetzt kriegen wir sie. Warte mal, da oben. Warte mal, stopp. Hinter. Nein, hinter, hinter. Im Menü. Noch eins. Noch eins. Da oben, manual. Oben, da kommst du da nicht auf, wie? Ja. Assist options. Ah, okay. Checkpoints. Gut. Hold to plant. Wir müssen Borde. Wir müssen Borde LB drucken. Das probieren wir jetzt, glaube ich. Ja. Also druck einmal LB. Ah. Das reicht auch gleich, wenn du es machst. Reicht? Ja. Sehr gut. Gut. Passt. Okay. Super, das Spiel ist... ...drei. Okay, also es funktioniert. Passt. Eins. Okay. Zwei. 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 Ja. Hui. Warte mal. Okay. Eins. Eins. Zwei. Drei. Nicht durchschwingen. Okay. Ja. Hä? Warum? Baut der da nicht so viel Schwung auf wie bei dir? Vielleicht musst du in die Richtung auch noch lenken, wo du hinschwingst. Ah, warte mal. Das könnt ihr mal probieren, ne? Eins. Zwei. Drei. Gut. Ja. Okay. Eins. Zwei. Drei. Eins. Zwei. Drei. So, jetzt tun wir mal... Also. Eins. Zwei. Drei. So. Hau ein, Jan. Checkpoint. Gut. Okay. Wieder mit Schwung. Eins. Zwei. Drei. Gut. Jetzt machen wir es ja richtig fahrt. Okay. Ah, scheiße. So. Okay. Was du... Ich will ja später jetzt. So, ja. Passt. Aber es... Aber die Leer war nicht schlecht. Nein, nein. Es geht. Es haut ja hin. Ach so. Entschuldigung. Ah. Gut. Äh. Ach Gott. Nein, nicht! Oh Gott. Oh, das wird nett. Okay. Eins. Zwei. Drei. Was ist da? Auf hin zum Berg. Obe, kommen wir weg. Obe zum Loch. Das wird nett. Hupfen wir mal da auf. Versuchen wir mal da aufzukommen. Nein, nein. Wir müssen... Ah. Sehr gut. Ah, okay. Wir müssen da so quasi... Warte mal, wir lernen einen neuen Tastik kennen. Ja. Aber... 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 Was? Was... Was war das denn? Was war das denn? Wo war das jetzt? L-T. Warte mal. Das ist die untere. Ja. Wie ist das gegangen? Ah, wir müssen da auch mal einen Stempel reinhauen. So. Gleichzeitig. 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 So, was will der jetzt an? Du hupst da... Ich hupf auf. Wir hupfen beide auf. Und ich tue mit L-T grabben. Eins, zwei, drei. Nein. Okay, jetzt lass ich... Lass grab ich einmal. L-T. L-T? Ja, das ist bei mir die linke hintere Schulter. Das heißt sie. Ja. Ja, die... Die muss ein bisschen mehr Spielhalter als die obere, oder? Ja. Okay, lass uns einmal beide hupfen. Eins, zwei, drei. Ah, ja. Da ist es. Okay. Schwing dich auf, ey. Passt. Jetzt ziehst du mich auf, ey. Passt. Ja, warte, 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 warte. Loslassen. 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 So. Okay, hupfen wir da um, ey. Entweder da um, ey. Oder da rauf, ey. Weil da kannst du nicht schwingen. Aber du kannst mir rauf, ey. Wohin denn? Was hättest du? Ja, das geht nicht. Nicht? Nein. Warte mal, nochmal. Ich hupfe mal rauf. Warte mal. Wenn du... Nein, aber was ist dein Ziel jetzt? Lass mal auf. Jetzt. Nein. Warte, nein. Du kannst nicht. Ah, stimmt. Ich kann doch auch etwas so. Okay, dann auf drei wieder. Eins, zwei, drei. Ah, nein, warte. Da drüben. Ne, warte mal. So, okay. Jetzt schwing mal da von Wand zu Wand. Zuerst auf dich. Ja, also eins. Zwei, drei. Drei. Aha. Gut. Schwing dich da rum. Ah, super. Ah, ja, stimmt. Ah, das hätte ich glaube ich nicht gebraucht. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ah. Passt ja, geht ja. Okay, den müssen wir mit Anlauf machen. Den müssen wir mit Anlauf machen. Da müssen wir uns umschwingen. Wie bestimmt? Ah, ja, stimmt. Stimmt. Sicher ist sicher. So. Und da machen wir jetzt wieder mit Anlauf ein bisschen. Eins, zwei, drei. Oh, ein Bildchen. Super. Oh, mein Gott. Okay. Eins. Safe. Eins. Zwei. Zwei. Drei. So, wer schwingt? Hä? Hä? Yeah, Schatz. Jetzt. Oh, ja, gut. Ach so. Na, warte mal. Das kann ja nicht funktionieren, oder? Ich glaube schon. Na, warte mal, aber. Na. Boah. Hopfen wir nochmal auf die Mauer. Ja. Eins. Zwei. Zwei. Drei. Drei. Gut. Okay. Eins. Zwei. Warte mal. Drei. Oh, Gott. Kommt noch einen leichten Leck. Kopf. Okay. Eins. Zwei. Drei. Jetzt musst du loslassen. Na, warte. Ja, warte. Jetzt auch. Ja, na, genau. Das habe ich gemeint. Jetzt ein bisschen runter. Ja. Uiuiuiui. So, und jetzt haben wir da das gleiche Spiel. Oh mein Gott. Das gleiche müssen wir mit Anlauf machen. Na. Woll. Ja, wir müssen, ach so, da aufhören müssen wir. Stimmt, ja. Ja. Eins. Zwei. Drei. Bist du Lilo auslassen? Ja. Ja. Was ist das? Ja. So, ich bin da. Okay. Fast, dann. Eins. Zwei. 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 Fast. So, was wird das da jetzt? Ich glaube, ein Hupfen. Eins. Zwei. Drei. Drei. Fast. Und jetzt aber. Oh, ein Pinguin. Okay. Hey, bros. Yeah. What are you doing here? Excuse my partner Trenton. He's very shy. Since we climbed, well, tried to climb. He has been quiet and somewhat melancholy. Unnutrished. Okay. Brauche es zu müssen. So. Ah ja. Gute Idee. So. Eins. Zwei. Drei. Oh mein Gott. Der wird nicht. Achso. Oh. Das war super, wenn du es nicht speichern kannst. Das wäre herrlich, wenn du es nicht speichern hätte. Das wäre frustrierend, wenn es jetzt keine Checkpoints gäbe. Na. Na. Sorry. Gut. Dann schwinge ich einmal. Warte. So. Oh. Ja, aber die Idee hat schon gepasst. Ah, jetzt ist der Schwung vom Teufel. Ja, gut. Was ist da oben das für ein Haken? Ah, da unten ist ein Bild, wenn wir das haben. Das ist. Gut. Ja, ich glaube, das machen wir ein bisschen anders. Opfer, Junge. Halt. Oh. Das war, glaube ich, nicht how I intended to. Ah, das Bild haben wir gekriegt. Schau, ist das gut. Ja. Da, wieder ein Handlauf. Eins, zwei, drei. Oh mein Gott. So. Mit Anlauf, oder? Ja. Eins, zwei, drei. Hm. Das ist jetzt spannend. Ja, da können wir gleich schwingen. Okay. Bisschen mehr. Ja, aber gar nicht so schlecht. Ach so, falscher Knopf. So, müssen wir erst die Tastenbelegung irgendwie verinnerlichen. So. Na. Ah, das war jetzt schlecht, aber... Oh mein Gott, kann passieren. Kann passieren. So. So, Lava. Na. Ist wieder falsch getimt. Ja, da war jetzt der Schwung nicht. Ja. Na. Noch mehr Schwung. Na, ich muss da im richtigen Augenblick drucken, glaube ich. Ich glaube, wir brauchen da mehr Schwung. So weit, glaube ich, sind wir noch nie geschwungen. Oder gesprungen. Naja, das war jetzt schlecht. Na. Was? Nein, wir sind schon zu enttrotteln. Was denn? Nein, nein, wir müssen da schwingen. Du kannst dich nicht festhalten. Da gibt's nix. Was? Nein, da gibt's kein Pador. Ich sag jetzt schon, das ist frustrierend. Na, schwing du einmal. Passt. Warte mal, wie ist das? Ist das zu weit wahrscheinlich, oder? Ah. Okay, noch einmal. Ah, warte mal. Ah, nein, nicht. Was willst du noch tun? Aufi. Oben festhalten. Ah. Oder so. Ah, ja, das ist wirklich eine gute Idee, ja. Das ist eine gute Idee. Okay, ja. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, das probieren wir jetzt mal. Schwingst du, schwing ich? Schwing du. Außer wat? Nein, wir müssen mal doch tun, ich glaube. Sehr gut. Ich muss jetzt rausfinden, wo ist der maximale Schwung? Wo, bei welchen Dingen hab ich... Warte mal, vielleicht, äh... Was ist denn, wenn ich oben um mich schwinge und du nachher springst? Ich bin mal schwingt. 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 Wahrscheinlich die andere Richtung quasi. Oder? Machst du das besser? Nein. Ja, okay, also, es ist das. Ja. Der Schwung hätte jetzt fast gepasst. Ja, ein bisschen höher muss es sein. Ein bisschen höher muss es sein. Eins. Zwei. Nein. 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 Wenn ich einen Überschlag mache, kannst du es vergessen. Dann kannst du es knicken. Okay. 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 Der Schwung. Hm? Fast. Nicht so schlecht. Nicht so schlecht. Wir sind dabei. Oh. Schwing du nochmal. Schwingst du? Ich tue es ein bisschen besser aussehen, dass ich mich nicht überschlage. Okay. Das war jetzt ein bisschen... Das war jetzt komplett daneben. Schwing du nochmal, du hast das ganz gut gemacht. Also einhalten ist es nicht. Müssen wir jetzt da schon in der Lösung nachschauen, oder was? Okay, ich habe eine Lösung, echt? Nein, nein, das müssen wir da schon noch probieren. Nein! Ich erwarte, dass du bereit bist, deshalb springe ich immer gleich. Ja! Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Vorscht! 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 Ja! Oh! Ah! Nicht schlecht! Nicht schlecht! Na! Jetzt auch! Achso! Warte mal! Geh einmal ganz vorn an die Ecke, bitte! Ja, dann bleibst du da hinten sitzen! Ja, dann bleibst du da hinten sitzen! Ja, warte mal! Ich habe eine Idee! Na, gib! Warte mal! Ich muss ganz knapp, damit du schwingen kannst frei! Nein! So! Ah! Jetzt wollte ich gerade hüpfen! So frustrierende Spiele machen mich frustriert! Nein, nein, das geht ja nicht! Ich meine, das ist ja noch nicht einmal frustrierend! Doch! Wenn ich länger als zehnmal beim gleichen Ding was probiere, noch nicht so viel wegschmeißen! Frustrierend wäre, wenn das immer alles nochmal spielen müsste! Ja, das ist gut, dass wir jetzt die Checkpoints bekommen haben, ja! Gut, das war... Ah, das... Ah, das... Oh Gott! Ernst! Vielleicht kannst du beschleunigen so richtig mit deinem Ding! Wie denn? Indem du jetzt ganz viel Saltos machst! Okay, warte, schauen wir mal! Immer schneller, immer schneller, immer schneller! Na, der... Na... Oder? Probier mal! Nein! 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 Das geht nicht! Okay! Ja! Ähm! Oh! Entschuldigung, war gerade abgelenkt! Äh! Magst du nochmal schwingen? Nein! Passt! Passt! Na, das ändert einmal gar nichts! So! Ich glaube, wenn wir von der Höhe durchschwingen machen, war es eigentlich ideal! Ja, ja, ja! Passt! Äh! War du drüben nicht der andere Weg? Nein! Nein! Achso! Glaube ich jetzt nicht! Glaube ich jetzt nicht! Vielleicht ist es... Schauen wir mal in die Lösung! Ja, ja! Schauen wir mal rein! Fred and Fred... Ich kann kein Webbrowser ausmachen! Schaust du? Ja, ja, ja! Mhm! Ähm, schauen wir mal! Fred and Fred... Geil! Was haben wir denn da? Na, da muss ich jetzt wirklich... Ach! Was? Warte mal! Fred and Fred... Warte mal! Nein, ich muss mal ein Video anschauen! Natürlich! Bock-Through! Ich will ja auch wissen, wie es geht! Warte mal! Ernst! Na, das geht ganz leicht! Was denn? Schwingen! Schwingen! Überschlag! Überschlag! Und mit dem Überschlag Schwung holen! Weil einer hat das Spiel in 4 Minuten 50 durchgespielt! Okay, es muss anscheinend wirklich der Überschlag sein, ja! Oh mein Gott! Ja! Oh Mann! Okay! Ich glaube der erste Überschlag hätte sein müssen! Oh je! Ich glaube der erste Überschlag hätte sein müssen! Oh! Oh! Bisschen weniger weit zum Raum! Ah! Bist kein Feinmotoriker! Ha! Okay! So! So! Jetzt dann! Mach einen Überschlag bitte! Ah! Die andere Seite! Ihr hätt genau die andere Seite gehabt! Ja! Na! So! Okay! Das war superschlecht von dir! Das war richtig schlecht! Das muss ich zugeben! So! Jetzt dann! Na! Na! Das war ein bisschen zu weit! So! Okay! Probieren wir es nochmal! So! Ich glaube wir werden wieder hängen bleiben! Ah! Jetzt soll es sich hoffentlich ausgehen! Ah! Das war jetzt genau... Ja! Na! Hä? Scheiß! So! 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 Ja! 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 Das ist gekippert! Jetzt hab ich es! Mach das nochmal! Du hast es! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja! Ich sag halt! Ich hab sie jetzt! Ich hab's verpasst! Ich hab's verpasst! Na bitte! Nein! Ich glaub so geht's nicht! Es ist zu langsam! Ja! 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 Jetzt hab ich's verstanden! Okay! Ich hätte jetzt nur drucken müssen, dass ich sitzen bleibe oben! Ah! Okay! Du hast's verstanden! Also schwing ich, oder? Ja! 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 Schwing einfach! Okay! Jetzt hab ich's verpasst! Jetzt hab ich's verpasst! Ja! Ah! Wart! Okay! Oh mein Gott! Ja! 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 halten oh mein gott da ist irgendein basketball korb oder die stube fallen ja vielleicht ist das ein bonus wie steine fallen oder können wir mal riskieren ja aber da muss sich einer macht genau nichts aber wir haben es durchgezogen sehr gut wir haben im basketball versenkt ich bin beeindruckt von einer abenteuer lustigkeit ja da brauchen wir mehr schwung doch glaube ich brauche mal ein bisschen mehr schwung das war der falsche schwung na na das geht sich glaube ich nicht aus das muss sich ausgehen weil da gibt es keinen anderen weg ganz mieses timing ok schwing du mal ja das kennt sich schon ausgehen mit dem richtigen schwung ich meine es wird nicht ganz leicht na jetzt haben wir super schwung warte mal schauen wir mal was steht da schon wieder schon wieder cheaten ja die machen das auch mit den na die machen das auch so ok mach mal so du schwingst nochmal ja es geht warte mal sicher ja ja aber du musst du nicht in die andere richtung schwingen na ich glaube so drüber hauen und da muss halt jemand schnell sein beim greifen ich habe auch im uhrzeigersinn geschwungen nur in dem video wo sie das seh ich schwinge ich schwinge ok es war fast ja wir waren ein bisschen wir waren ein bisschen zu weit weg vom vom brettende so nochmal achso ich habe geschwungen ja fast schon na ich habe so schlechte timing du tust schwingen ok glaube ich also du hast gesagt du hast ein schlechtes timing achso ja stimmt dann geh ein bisschen weiter nach links nicht ganz so weit ok ok das war die falsche bewegung das war die falsche bewegung ok das geht das machbar ok ok schwingen fast es geht ja das ist ja alles ok mein frustrationslevel ist schön hoch na jetzt hättest du die fest mein problem ist ich war schon drauf am knopf ich habe zu früher gedruckt das ist das problem ich weiß es nicht ah nochmal jetzt werden wir es nie wieder schaffen ok mal mal das ist schon machbar das ist schon möglich krott krott nein ich habe gedruckt ich habe es krott und krott nicht erwischt ja gut das ist ich habe es doch gespielt auf dem Fingernagel das problem ist was machen wir da drüben weil das wird jetzt wirklich frustrierend ja dann schwing ich mich um mich und dann geht das spiel weiter ja ah du hast zufrieden aber wir wissen jetzt wie es geht ok ja das ist ok das ist machbar ok ok wir brauchen ja schon wir haben uns noch nicht überschlagen ja überschlagen muss gar nicht sein aber ein bisschen mehr ein bisschen weiter nach links so noch Wolltest du die fest? Ja, ist sicher. Ich muss ein bisschen ober. Ober, ober, loslassen. Sehr gut, da wollte ich jetzt auf Nummer sicher gehen. Eins, zwei, drei. Aaaaaah. Puh. Was? Ah, da oben ist ein Bild. Ja, das schaut eher schlecht aus, dass wir das einmal kriegen. Okay. Oh mein Gott. Ah, das ist lustig, okay. Okay, einmal eins, zwei, drei. Du schwingst? Okay. Was? Ich glaube, ober. Ja, du musst aber schnell sein, weil wir können uns nicht ewig halten. Ach so. Ach so. Ich vergieße ja, dass ich da loslassen muss. Eins, zwei, drei. Das war jetzt kurz. Marmelös. Nein aus auf 10. Nein aus auf 10. Ja, der. Eins, zwei, drei. Ja, okay. Ja, das war klar. Vorne los, klar. Jeder Gedenksekunde wäre dort jetzt loslassen. Ja. Okay. Eins, zwei, drei. Dann tue ich einmal umschwingen. Puh. Das war unmöglich. Das festzuhalten war jetzt ein Ding der Unmöglichkeit. Ah, okay. Eins, zwei, drei. Nein. Ja. Ja, ja. Mal, falschen Knopf gedruckt. Sehr gut. Wie hoch ist denn der Berg eigentlich? 100 Meter? Keiner, oder? Nein. Ah, darf ich nicht. Eins, zwei, drei. Lassst du los? Du? Lassst du los? Jetzt an? Nein, ein bisschen zu spät. Ja. Ein bisschen. Ah, mein Gott. Okay, nochmal. Ich sag so alles, was man nicht 40 Mal gemacht hat. Ja, eins, zwei, drei. Lassst du los? Okay. Ah. Jetzt? So, er war, es hat glaube ich ein Ätzelschen gefehlt. Sprechen wir das der Latenz zu, oder? Über das Internet. Ja, vor der Unfähigkeit von mir. Okay, eins, zwei, drei. Boah, ey. Ich wollte jetzt was probieren. Okay. Oh. Ja. Okay. Boah, ey. Boah. Ja. 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 Der letzte Teil war fast leicht. Eins, zwei, drei. So. So. Dann machen wir da. So. Na, Hand. Kommen wir runter. Huhu. Ja. Eins, zwei, drei. Ach du Scheiße. Ui, der könnte lustig werden. Huhu. Uuh. Uuh. Der kennt witzig werden, der Teil. Ja. Ja, witzig. Ja, witzig. Ja. Du hast ja noch niedergesetzt. Ja. Äh. Jetzt. Ich glaub, ich mach das mit dem Schwingen und du mit dem Umgehucken. Ja. Ja, passt. Okay. Ich glaub, du hast das besser. Besser. Das ist einfach. Oh. Oh. Voll. Ja, das ist, ich mein, das ist leider sehr blöd. Jetzt. Ah. Mhm. Du musst halt echt genau die Schwungphase erwischen, dass du da dann den ganzen Schwung mitnimmst. Oh. Immerhin, ein Bild haben wir da nicht. Vor allem ins Verlieren. Ja, du musst, vor allem, du musst dann immer sofort greifen, wenn du was siehst. Ja, ja. Aber das war, die Überlegung war gut. Also hast du gar nichts mehr. Gut gemacht. Bravo, bravo, bravo. Ich hab nicht so viel gemacht, wenn ich ehrlich bin. Du hast losgelassen. Ja, das war eigentlich alles. Okay, das war jetzt mit weniger Schwung. So. Okay. Nochmal. Eins, zwei, drei. Boah. Boah. Okay. Das war nicht schlecht. Okay. Das war nicht schlecht. Kannst du bitte aufsitzen? Auf den Ding. Ja, ich würd gleich gerne wissen wie. Einfach aufhören zum Schwingen. Das geht nicht. Dann hänge ich ja leider. Nein, du musst oben aufhören zum Schwingen. Du fährst gerade runter. Du musst schauen, dass du die Stabilität oben hast. Sonst musst du einfach weiterspringen. Okay. Aber nicht so schlecht. Okay, pass. Probieren wir es nochmal. Achso, warte mal. Ich will schwingen. Ja, ich weiß. Habe ich vergessen. Gutes Timing. Gott sei Dank kaum noch die Checkpoints. Sonst steht die jetzt schon ins Mobiliar zerschlagen. Ich habe jetzt vergessen. Ich habe vergessen zu drucken. Ja. Hinten. Ich hätte einfach aufs Sitzen drucken können nach ein paar Jahren. Okay, einfach weiter. Nein, das geht nicht. Du hättest schnell loslassen müssen. Ja, habe ich auch. Achso. Ist es nicht gegangen, oder? Passt schon. Ich weiß jetzt, was du meinst. Alter. Ihr hätt einfach noch nieder sitzen müssen jetzt. Ja. Aber das ist so. ja das ist so du musst echt leider den perfekten schwung kriegen nein es ist echt wenn du den wenn du den schwung nicht richtig kriegst dann ist alles für den kiebel das ist jetzt richtig scheiße ja weil ich bei dem blöden der kinder angestoßen bin jetzt ja das das hätte ich wüsste nicht wie man das hätte richten können das ist glaube ich schwingt auf und lasst das geht nicht wieder verjagt man der hört nicht auf da müssen wir auf sitzen ja wir schauen dass wir oben sitzen bleiben das heißt ja oder sonst müssen wir weiter schwingen hey das war gut das war ein guter schwung ich mach du lass es jetzt so los dass ich richtig weitsch deshalb habe ich jetzt gar nicht damit gerechnet dass ich da oben stehen bleibe das geht richtig gut ok also festhalten und niedersitzen die zwei tasten müssen wir echt im auge haben ich glaube er hat sogar gegriffen da oben aber ich glaube das war zu viel schwung aber zu wenig der war definitiv zu weniger ich frage mich worauf wir jetzt sterben können da so 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 nicht ergriffen Ja, das ist... Nein, ich habe ein bisschen zu früher. Einfach ein Spur zu früher. Nochmal. Okay. Also auf 100 Meter will ich jetzt noch kommen. So wird es nix mehr. So wird es nix mehr. Die 100 Meter, das ist das Ziel. Ja. Ich möchte aber nicht wissen, wie viel die Meta da eingebaut haben insgesamt. Wird doch zu schaffen sein, oder? Nein, das passt schon. Also wir machen es schon richtig. Wir machen es richtig, sagst du. Ich würde schon sagen, dass wir es richtig machen. Wir müssen da im richtigen Augenblick da auf dem blöden Fels sitzen bleiben. Okay, warte mal. So, okay. Passt. Gut. Ach so, warte. Ah, warte. So, jetzt. Gut. Ich hätte eine Spur früher loslassen müssen. Aber das, glaube ich, passt schon. Das ist okay. Ja, ja, das ist okay. Genau wenn du oben mittig bist, muss ich loslassen. Dann ziehst du dich runter und du kannst sitzen bleiben. Ach so, das ist dein Plan. Ich mache, du willst mich weiterschwingen. Na. Oh, läst du reihe noch. Eins, zwei. Ah! Es war jetzt nicht schlecht. Es war von der Überlegung her ganz gut. Also von Überlegung. Wenn man davon... Ja, das ist... Das ist echt oft so... Es erfällt halt so... Was weiß ich... So ein kleines Ekel. Und nachher geht's. So, also, auf geht's. Ich glaube übrigens, fällt mir gerade ein, für die Folge müssen wir als Audiospur unsere Videospur nehmen, damit die Hörer auch was davon haben. Ja. Sonst haben die keine Musik und keine Töne und hören uns gleich sinnlos flurchen. Also mich flurchen. Du bist eh so ruhig. Ma! Ma! Ja, 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 ja. Das war echt knapp. Nochmal. Also, jetzt bin ich voll motiviert. So wie Sport ist. Na, so motiviert bin ich nicht mehr. So. So motiviert bin ich nicht mehr. Falsch ein Knopf gedrückt. Du warst das. Ja, ich wollte eine Flagge setzen, statt festhalten. Also, das ist gut. Ich tue jetzt die zwei Knöpfe einfach meinen Daumen drauf. Jetzt hat's die da so, oh ja, siehst du, das ist ein blöder Schwung. Eins, zwei, drei. Na, jetzt. Okay. Jetzt hat's die da so eine gewurstelt. Eins, zwei. Ja, okay. Jetzt musst du festhalten noch, gell? Also, nieder sitzen. Oh, Forscht! Okay. Okay. Eins, zwei, drei. Drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Okay. Anna muss jetzt da... Fecht halten. Ihr, ihr haltet mich fecht. Ja, wir probieren's beide. Ich seh wurscht. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Okay. Eins, zwei, drei. Lass sie mich fallen. Passt. Ja. Und da soll man jetzt da umwerfen, das kleine Echel da, oder was? Ja. Eins, zwei, drei. Und noch mal. Eins. Eins, zwei, drei. Ach, passt. Kim, Kim, Kim. Ja, warte. Hau ein hier vorne. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Das ist ja cool. Eins, zwei, drei. Okay, eins, zwei, drei. Was ist jetzt hin geworden? Keine Ahnung. Irgendwas, ein Fisch. Was ist denn das da alles? Keine Ahnung. Vor allem weißt du nicht, wohin jetzt. Ah, schwingen. Ah, da muss schwingen unten. Ja. Und dann müssen wir das so, jetzt müssen wir das in mehrere Dimensionen timen. Letzter. Ah, soll ich hier jemanden? Ah. Okay. Eins, zwei, drei. Ich schwing. Okay. Wir sind knapp dran an die 96 Meter. Mit 100. Also mit 100 haben wir bald. Eins, zwei, drei. Ach so. Du schwingst. Schwing du. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich hoffe ja. Nipp. Ich schaff das nicht. Ah. Ups. Ich bin's faul. Eins, zwei, drei. Ah! Hört's! Okay, nein. Das war zu wenig Schwung. Das hilft nix, oder? Na, das... Irgendwie müssen wir, glaube ich, die... Irgendwie müssen wir was? Ich weiß nicht, ob wir da jetzt die... Oh, okay. Warte mal, bevor wir da jetzt lang Zeit vergeuen. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt nicht vielleicht noch den Moment, den Schwung durch den Aufzug mit ausnützen müssen. Eins, zwei, drei. Alex tut lesen. Warte mal. Ja, ja, na, wir machen das schon richtig. Was? Echt? Ich glaube, ja. Ja, passt schon, ja. Das passt schon so. Eins, zwei, drei. Ja, ich glaube, auch mal überschlagen war da nicht schlecht. Ja. Glaube ich mittlerweile, ja. Eins, zwei, drei. Es geht leider nicht so leicht, weil wenn beim Vorn nimmt der mir einen Schwung weg. Na, das war jetzt Verschritte. Ja, ja, ich mal auch, ich probiere es jetzt, weil sonst fahrt er eh hinter. Eins, zwei, drei. Gut gemacht. So, lala. Da brauchst du fast gar nicht schwingen eigentlich, oder? Nein, nicht, nein. So, halt so. Na. Na, jetzt hab ich's versammelt. Aber so richtig, Arno. Ei, 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 ei. Eins, zwei, drei. Super, gut machen. Gut. Eins, zwei, drei. Na, zu wenig Schwung. Zu wenig Schwung. Zu wenig Schwung. Okay. Dann... Probieren wir's noch einmal. Ja. Oh, probieren wir's noch umgekehrt. Oh. Okay, das war ein guter Schwung. Das war auch ein guter Schwung. Eins, zwei. Was? Okay, eins, zwei, drei. Gut. Okay, eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Okay, spannend. Okay, eins, zwei, drei. Ich glaub, wir müssen das jetzt noch anlassen. Ich bin nämlich schon sehr unkonzentriert. Okay, jetzt, wie schon gesagt, einmal noch richtig Fokus. Ja, Fokus. Eins, zwei, drei. Ich schwinge, oder? Besser. Besser, wenn ich schwinge. Für alles andere bin ich zu blöd. So, und... Nochmal, und... Nein, genau in die falsche Richtung. Jetzt bleiben wir da drauf. Wenn er jetzt hinterfährt, dann warten wir noch einmal. Ja, ja. Aber, aber. So, 102 Meter. So geht das da. Ah! Aha, dann gehen wir jetzt rum. Aha. What the f... Nein, ich würde aber sagen, wir lassen es für heute. Ja, super. Jetzt fahren wir da nochmal runter. Schauen wir mal, was da unten ist. Äh... Ah! Ja, jetzt haben wir ein Bild. Jetzt ziehst du mir auf, ja? Ah, ja. Boah. Ich pische da. Ist das jetzt da oben quasi? Du springst in die Ecke rauf. Ja. Einer haltet sich fest. Genau, das probieren wir jetzt. Eins, zwei, drei. Lass dich los. Gut, also, wenn wir oben hängen. Okay. Eins, zwei. Drei. So, jetzt an. Eins, zwei, drei. Okay, eins, zwei, drei. Drei. Okay. Okay, passt. Tast. Oh, ja, okay. Hey. War nicht so schlecht. Ey. Irgendwas funktioniert da gerade. Was ist denn? Ach so. Der wohlt einfach nicht. Eins, zwei, drei. Zwei, drei. Oh, das war schon gut. Ah, warte mal. Halt, halt, halt. Niedersitzen, niedersitzen, niedersitzen. Und mich aufziehen. Ah, geht nicht. Oh je, da kennen wir nichts. Jetzt müssen wir um. Okay. Eins, zwei, drei. Oh, das ist okay. Sie haben es sogar ein bisschen schwierig gemacht. Ah, so ein bisschen schwierig. Eins, zwei, drei. Okay. Jetzt war es ja nicht, was das war. Naja, davor waren wir besser von der Höhe her. Eins, zwei, drei. Aber. Oh. Nein. Nein, ich kann nicht. Ach, Gott sei Dank. Ah. Gut. Okay. Jetzt warten wir noch bis auf den Pfad und dann hupfen. Ja. Eins, zwei, drei. So. Okay, den machen wir noch, den Blöden da drüben. Ja, ja, der sollte einfach werden. Eins, zwei, drei. Okay. Eins, zwei, drei. Ja, ja, den. Ja, aber jetzt. Das ist mir zu schnell gegangen. Eins, zwei, drei. Okay. Eins, zwei, drei. Hupf, 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 hupf. So. Und jetzt an eins, zwei, drei. Ja. Ja, 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 ja. Ziegen mit, ziegen mit. Ziegen mit. Ziegen mit. Passt. So, und jetzt ist aber spannend da, gell? Jetzt müssen wir das genau timen. Wenn der... Was müssen wir... Wir müssen jetzt auf die Bröckel, den... Achso. Na, warte mal, du kannst einmal herkommen, gell? Oh. Ich glaube, das überlegen wir uns fürs nächste Mal. Vielleicht springen wir ja weiter. Nein, weißt du, was das ist? Wir müssen auf den Wagen und einer muss da auf die Wand drauf und dann wieder schwingen. Okay, das probieren wir. Das geht sich nachher aus. Puh. Das muss man aber schnell sein, gell? Eins, zwei, drei. Oh, ja. Ich würde mal sagen, erster Schritt, wir schauen wieder, dass wir auf die fliegende Tasse da drauf kommen. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. So, warten wir noch eins. Ja. Jetzt. Oh. Ich würde sagen, sobald die in unserem Blickfeld auftaucht, müssen wir auf den Block hüpfen und dann gleich weiter. Oder wir machen es gleich ganz einfach. Wir hüpfen jetzt da rechts um. Ja, das geht eigentlich auch, ja. Ganz einfach. Das ist ganz einfach, ja. Nochmal. Sobald die im Blickfeld auftaucht, hüpfen wir. Okay, jetzt fahren wir einmal damit. Ja, und dann da oben festhalten, auf die Wand aufhüpfen. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ich lasse los. Ja. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Boah, scheiße, es war ja wieder sowas. Uh. So. Sollen wir es da? Ja, dann. Safe and exit. Ah ja, safe, gell. Gut, das hätten wir geschafft. So. Haben wir es. Passt. Wunderbar. Und dann, ich hoffe, die Leute haben einen Spaß gehabt. Ich hoffe, die sind genauso frustriert wie ich jetzt. Also, das geht ja noch, das Spiel. Ja. Das ist ja voll okay. Gut. Dann sagen wir Tschüss. Und wir sehen uns dann im Verlauf des Sommers wieder. Passt. Okay. Alles klar. Also, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020